Moto-Trial gegen BMX. Wer macht den cooleren Trick? Samuele, der mit seinem Motorrad über mich gesprungen ist oder ich mit meinen Flatland-Skills? Der Triiler beginnt, indem er auf das Dach vom Truck springt und langsam über das kreisförmige Gerüst balanciert. Also Höhenangst kennt er nicht. Und dann war ich an der Reihe. Ich jumpe rein mit einem Ninja-Kick in den Steamroller. Und jetzt kommt mein Trick für euch. Der 180-Bar-Spin auf dem Vorderrad ohne Bremsen. Boom! Wenn der nicht stylisch war, dann weiß ich auch nicht. Und für wen werdet ihr euch entscheiden? Schreibt es mir bitte in die Kommentare rein.